Hey Leute, willkommen zurück zu Tiny Rogues. Wir spielen natürlich wieder mit Cinder und ja, im Prinzip die größten Probleme. Also Human Limits ist halt schon ein Problem, aber das kann man schon umgehen bzw. kompensieren. Das hier ist eher nicht so das Problem, finde ich. Das kann man auch relativ einfach ausgleichen bei den meisten Sachen. Mark for Death, das ist für mich halt ein großes Problem. Ja, und das geht eigentlich auch. Also hier, Mark for Death und Human Limits sind, glaube ich, bei diesen vier Cindern hier meine größten Probleme. Das könnte wohl noch etwas dauern, bis ich wieder den Tod sehe. Aber wer will den auch schon sehen? Gut, ganz länger. Okay. 50% mehr Schaden nach einem Dash für eine Sekunde. Und wir kriegen Stamina wieder und Reload. Ich mag diese Dash-Sachen nicht. Mag ich absolut nicht. Ich sage ja nicht, dass das schlecht wäre oder so. Ich mag das vom Gameplay her halt nicht. Gut, aber hier kriegen wir schon am Anfang direkt Decks und ich muss gerade noch mal kurz gucken. Das war das, genau. Da hatten wir ja kopiert und das war das. Alles klar. Und den Ring nehmen wir natürlich auch. Den werde ich sowieso hier, den werde ich schon erstmal behalten müssen, weil gerade dadurch, dass ich hier Acrobatics auch nicht mehr wirklich nutzen kann. Also für eine Ebene, dass das einmal funktioniert in der Ebene, das ist halt... Nee, dafür hole ich das nicht als Trade. Keine Chance. Dann nehme ich lieber was anderes. Genauso Adrenalin. Das werde ich dann halt jetzt auch einen Bogen drumrum machen. Hier kriegen wir Int. Int haben wir halt auch... Ich nehme erstmal alles mit, was ich kriegen kann. Was soll's. Ah, ja, ja. Ich meine, es ist halt momentan echt wieder... Ich weiß nicht. Manchmal läuft es halt so gut. Das liegt dann halt auch nicht nur an den Waffen oder an den Trails oder an den Items, sondern läuft es einfach gut. Dann habe ich wieder solche Momente wie jetzt... Opportunistic. Ist auch wieder mit Dash. Potions. Permanent. Wäre vielleicht nicht so schlecht. Das Problem ist, ich habe bisher noch keine Potions. Ich bräuchte erstmal, glaube ich, irgendwas anderes. Ballistics. Agility. Hatte ich auch schon mal gesagt. Müsste ich halt Movement Speed bekommen. Und ich weiß halt nicht. Ich kann das halt jetzt nehmen und ich sehe kein einziges Mal Movement Speed so ungefähr. Und diese Refire Chance. Ist mir alles schon ein bisschen zu speziell. Ja, toll. Das ist auch alles für die Tonne. Meine Güte. Attack Speed. Ja, komm. Hier, dann nehme ich Attack Speed. Was soll's. Gleich wieder alles verballert. Mein Gott. Meine Güte. Ja, das war schon wieder alles ein bisschen... Also von den ganzen Sachen wusste ich jetzt auch nicht so richtig. Gut, Refire hätte ich nehmen können, aber irgendwie... Nee. So, wir haben jetzt noch gar keine Schlüssel. Gar keine Bomben. Deswegen nehmen wir jetzt hier mal die Holzkiste. Einfach aus dem Grund. Da könnte ja auch ein Schlüssel oder sowas drin sein. Und... Oder Gold. Oder Heilung. Super. Da kriegen wir aber einen Schlüssel. Dann nehme ich jetzt auf jeden Fall mal einen Schlüssel. Und wir brauchen natürlich wieder... Gut, eigentlich brauche ich auch keine Bomben, weil sein... Sind wir mal ehrlich, derzeit werde ich wahrscheinlich eh nicht so weit kommen. So, dafür benutze ich aber keinen Schlüssel. Dann nehme ich lieber ein bisschen Gold. Random Boots oder viel Gold. Wir haben halt noch gar keine Boots. Deswegen würde ich mal sagen... Nehmen wir die. Okay. Auch diese Gans. Das ist halt mit diesem Nachladen teilweise echt so... Kann man halt auch ein bisschen umgehen, ja. Man schafft hier Nachladezeit zu verringern. Aber ansonsten... Generell bin ich da ja... Nicht so der Fan von. Hm. Hm. Hauptsache keinen Schaden bekommen. Weil wenn ich da halt was triff, dann... Es ist halt super doof. Wieder was mit Dash. Was ist das denn? Hm. So, mehr Decks. Und ja, komm. Würfel. Schön und gut. Könnte man auch nehmen. Aber ich glaube, mit Sets generell... Weil ich wahrscheinlich eh Richtung irgendeiner Decks Waffe gehen werde. Ist das auf jeden Fall so, glaube ich, erstmal schon besser. So, Armory. Jetzt bitte irgendwas Vernünftiges. Ich habe natürlich nicht die Bomben genommen. Was bestimmt total clever war. Golden Desert Eagle. Elite Gunner. Und Dash Deals. Das ist nicht wahr. Würde ich halt gern auch mal nehmen. Hier hätten wir aber Poison noch mit drin. Und... Ich weiß nicht. Das ist alles sehr... Enchanted Bow. Also bei den drei Sachen... Ist das... Ach, ganz ehrlich. Komm. Ich dabel jetzt hier eh mal ein bisschen rum. Dann probieren wir auch mal Waffen aus, die ich bisher so noch nicht benutzt habe. Ähm... Event. Und... Hallo... Wizard Statue. Naja. Single Out wäre schon ganz nett. Stamina Plus Two. Ja, gut. Werden wir aber eh kriegen, wenn wir auf Decks gehen. Grenadier. Ne, dann nehme ich auf jeden Fall Single Out. Und... Dice oder Gold? Dice oder... Ja, komm. Nehmen wir an Dice. Gucken wir mal. Das könnte noch ganz nützlich werden. So, Mage Stash 9. Nehmen wir Int mit. Einfach fürs Level Up. Super. Auch wieder... Großes Kino. Was ist das denn? Und ich werde es trotzdem hochladen, ja? Ne, egal. So, 10 Gold. Da haben wir einen Shop. Ich gehe jetzt mal in den Shop, weil es könnte ja hier irgendwas geben. Ach komm, dann nehme ich jetzt hier Bombe. Dafür reicht es nicht mehr. Da gibt es noch Bomben. Ich habe bei diesem Ganzen auch irgendwie mal ein Kniegerpupille. Was so das Zielen angeht. So, mehr Decks. Oh Gott, im Himmel. 1663 Damage mit dem Ding. Das ist jetzt auch nicht zu verachten. Also, was das jetzt hier angeht. Ja, dann kann ich jetzt nicht anfangen. Nicht anfangen, dann nehmen wir mal das. Auch wenn man nicht auf Magic Web geht. Direkt am Anfang ist das schon durchaus was, wie ich sagen würde. Solange man eh noch nicht so hohe Werte hat. Kann man eigentlich auch immer irgendwie sowas wie einen Zauberstab nehmen. Gut, das Teil ist halt. Ja, okay. Nicht so verkehrt. Gegen normale Räume. Okay, also die Diegel würde ich halt auch eher dann gegen Bosse wieder nehmen. Ich nehme mal Gold, so. Weil das sieht jetzt auch nicht nach viel Damage aus. Aber durch die Anzahl kommt da schon einiges zusammen. Gut, Bomben haben wir genug. Dann machen wir erstmal mit Schlüsseln weiter. Taverne ist natürlich erstmal totaler Quatsch. Ja, diese Zauberstäfe auch in der Grundausstattung, um es mal so zu formulieren, sind halt am Anfang echt nicht so verkehrt. Weil gerade auch durch die Effekte, wie zum Beispiel Zielsuchend oder hier ganz viele von diesen Dingern, sind die halt schon gar nicht mal so schwach. Oder generell irgendwelche Statuseffekte, die da noch oben drauf kommen. 29 Gold Pornshop. Das ist halt... Das würde ich erstmal gerne skippen. Dann nehmen wir lieber hier nochmal ein paar... Bomben. Int oder ein Random Dice. Dafür bräuchte ich halt eine Bombe. Würde ich halt auch eher drauf verzichten. Genauso wie einen Schlüssel nehmen. Die Tür aufzuschließen, um dann plus eins auf irgendwas zu pegen. Oh, direkt zwei davon. Okay. Gut, jetzt haben wir hier... Ja, anstatt Seelen... Ich weiß nicht. Auch wenn ich das vorletzte Video oder man das war, da einmal stand und... ...durchaus mehr Seelen hätte gebrauchen können. Aber irgendwie... Nee. Das ist dann halt auch wieder zu speziell irgendwie. Kann natürlich auch sein, dass ich dann den Raum mitnehme und es halt überhaupt nicht brauche. Deswegen... Also die Wahrscheinlichkeit, dass man... Räume bekommt, in denen man Seelen ausgeben kann, ist... War jetzt bisher noch nicht so hoch, sag ich mal. Ähm... Random... Ja komm, nehmen wir Random Potion. Warum denn nicht? Gerade mit diesem... In der zweiten Bossphase mehr Schaden nehmen. Das wird mir... Schon so ab... Eine Potion-Effekt. Ab Ebene... 6, 7, 7, 8... Schon... Es könnte schon sehr problematisch werden. Milie-Weapon. Oder halt... Ja, den Ring behalte ich. Ich meine, ich habe hier nur drei Herzen. Das ist halt nicht so wirklich eine Option. Und gerade bei dir... Okay, ich hatte erst gesagt... Ja... Ich nehme die Diegel... Aber... Das Ding ist halt auch schon wieder so... Mit dem Ding muss man halt treffen, ne? Das ist das große Problem daran. Und... Crit-Multiplyer. Aber immerhin in der Range von 95. Also das ist jetzt... Würde ich jetzt nicht mal sagen, dass das so blöd ist. Aber... Da bin ich trotzdem nicht so der Fan von. Gut. Das hier sollte jetzt erstmal kein Problem sein. Gerade weil die dann halt auch noch so aktiv sind. Und dann weitermachen. Also dieser Tornado-Step oder was das hier ist. Genau. Tornado-Wand. Ist halt auch schon... Nettes Teil auf jeden Fall. Oxidian-Chest oder Gold. Wir haben ein paar Schlüssel. Also von daher... Würde ich halt schon sagen... Lass uns jetzt einfach mal so... Ich hab mich schon... Mental drauf eingestellt, dass so die nächsten Videos erstmal... Ziemlich Wumpitz werden. Gut. Green Wall-Hoodie. Resatility. Hm. Weapons-Swap. Das ist halt auch so eine Sache. 25% mehr Damage und Attack-Speed. Und wird verdoppelt, wenn wir zu einem anderen Waffentipp wechseln. Das klingt auch mal wirklich sehr... Interessant. Ob ich das... Das ist schon wieder... Da muss ich halt darauf dann wieder achten. Aber es ist halt schon... Es wäre nachher schon 50%. Credit Multiplier ist keine Option. Das ist auch keine Option. Dann nehme ich lieber... Lightning Strike ist halt so eine Sache. Ob ich das jetzt wirklich haben will... Oder ich nehme Crit Hit Multiplier. Wir haben ja jetzt auch Attack-Speed. Aber ich müsste dann halt auch noch Crit bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist jetzt halt auch nicht so hoch. Und gerade jetzt für die Waffen, die ich bisher habe... Ich weiß nicht. Static Blows ist halt... Ach komm, ja komm. Nehmen wir das. Leider habe ich da jetzt schon die ganzen Würfel verballert. Ähm... Diese Waffen-Wechsel-Geschichte hier gegen Poncho. Wenn ich mehr Stamina kriege, ist das natürlich auch eine super Sache. Und das ist ja eigentlich auch der Plan. Wir haben ja auch schon fast 10 mittlerweile. Bomben brauchen wir nicht. Aber gerade wenn ich jetzt irgendwas mit Crit Hit Multiplier habe, dann müssen wir halt irgendwie... wieder sowas wie einen Raketenwerfer kriegen. So. Waffen. Waffen, 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 Waffen. Hellsingers. Nein. Das wäre was. Theoretisch. Aber hat der Alter... Die hat keinen Dex. Ich könnte natürlich jetzt mal einen Würfel benutzen. Gucken wir mal. Cupid Bow. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Oh Mann. Das ist... Also die Karten waren halt auch nicht so verkehrt. Ist halt schon... So ein bisschen die Frage. Das würde ich halt jetzt nicht unbedingt nehmen wollen. Area Radius. Minus 20%. Und da steht da jetzt sogar auch bei, was sie haben. Homing Projectiles. Red Cards. Area of Effect. Yellow Cards. High Damage. Also die sind halt schon... Würde ich halt schon nehmen wollen. Gut, hier könnten wir halt... Hätten wir Chance auf mehr Gold. Aber Gold werden wir wahrscheinlich eh genug bekommen. Deswegen würde ich das halt jetzt erstmal so machen wollen. So, wie war das? Homing Projectiles. Area of Effect. Und High Damage. Homing ist auf jeden Fall schon mal... Okay. Bin ich absolut dabei. Das Coole daran ist ja auch noch, dass die grundsätzlich erstmal viel Schaden machen. So von den Werten. Ändert sich das eigentlich? Nein. Und man ist halt mit den Dingern halt auch sehr flexibel wieder. So Gold oder Schreien. Schreien ist halt... Schreien ist halt zum Schreien. Das ist halt echt praktisch. Also wenn man zu faul ist, nimmt man halt blaue Karten. Area of Effect für normale Räume mit vielen kleinen Gegnern. Und gelbe Karten kann man dann nehmen für Bosse. Also das ist von daher echt gar nicht mal so verkehrt. Wir haben 57 Gold. Das ist jetzt noch nicht... Das sind noch keine 60. Müsste dann vielleicht hier noch Int mit reinnehmen. Könnte man halt noch machen. Die Frage ist, ob ich jetzt schon zum Blacksmith will. Aber ich kann mir sowieso noch keine drei Upgrades holen. Oder ich spekuliere erstmal darauf, dass wir vielleicht... ...noch irgendwie ein Gratis-Upgrade bekommen können dafür. Das Ding würde ich halt jetzt auch nicht mehr nehmen, glaube ich. Das passt halt auch nicht wirklich zu den Karten. So, was haben wir denn hier? Bomben! Ja, super. Da haben wir einen Shop. Äh, gucken wir. Gucken wir. Das sind alles... Magic Damage. Hm. Wäre halt schon besser. Aber das würde mich halt dann auch direkt wieder 15 Gold kosten. Also wenn... Das ist ja dann sowieso hier für... Range Damage. Das wäre dann ja auch Magical Damage. Das heißt, ich würde dann eher... ...die das vielleicht nehmen wollen. Und was das hier angeht, machen wir... Machen wir das so. Comet Scroll... Comet Scroll... ...würde ich halt... Würde ich mitnehmen. Ganz ehrlich, dann schmeiße ich hier die Waffe raus. Einfach, damit ich das Ding dann verkaufen kann. So, und hier... Kann ich denn... Ja, ich kann so durchwechseln. Nehme ich erstmal wieder Rot. Dann können wir noch Int mitnehmen. Dann passt das jetzt auch halbwegs. Verdammig. Minus 10% Damage an Bossen. Das ist natürlich auch eine super Sache. Okay, Event. Wir haben halt so viele Bomben. Bloodshed ist halt keine Option. Stamina könnte ich halt jetzt vielleicht... Also, das würde ich halt eher nicht sammeln. Aber ich kann es ja direkt mal so aktivieren. Wie war das denn hier? Kann ich nicht sprengen. Okay. Wir haben zwei Schlüssel. Dann mache ich mit Int weiter. Nehme jetzt hier zielsuchende Sachen. Karten. Dann ist das alles ein bisschen einfacher, das zu steuern. So. Einmal noch Decks. Dann kriegen wir vielleicht Pit. Aber wie das jetzt da reinpasst, weiß ich auch nicht so richtig. Stamina könnte man halt Colossal Might. Ja, das wäre halt auch super. Ich habe ja schon Attack Speed. Das wird halt... Ja, ja, ja. Dann nehme ich Colossal Might. Auf jeden Fall. Dragon Slayer Stash wäre halt direkt jetzt auch schon eine Option. Aber ich würde die Karten eigentlich gerne behalten. Weil ich habe jetzt auch schon mich darauf eingerichtet, dann Decks und Int so ein bisschen zu nehmen. So, 42 Gold. Wir könnten... Ja, komm, dann machen wir das. Dann werde ich hier direkt schon... Upgrade Nummer 1. Upgrade Nummer 2. Da können wir direkt wieder Gold kriegen. Schlüssel werde ich erst noch mal ein bisschen aufheben. Dann, wenn ich eh schon sage, ich bleibe dann dabei. Dann werde ich, glaube ich, auch nicht so viele Schlüssel da noch brauchen. So. Noch mehr Decks. Helmet. Hm. Offhand Item wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Wobei... Ach, bin ich blöd. Das steht ja auch Strong und Ranged. Verdammt! Verdammt! Das habe ich ja ganz übersehen. Ja, ich hatte halt... Mist. Ich hatte auf Magical geguckt. Da mich! Das ist wieder das altbekannte Problem, wenn man zu viele Spiele spielt. Soul Lantern. Na toll, das zerbricht, wenn wir Schaden nehmen. Und wir brauchen Soul Arts dafür. Das ist ja super. Also ganz ehrlich, dann... Tendiere ich doch eher dazu... Hier diesen... Das Ding rauszuwerfen. Das Teil dahin zu packen. Und da auf die Gelegenheit zu warten, das zu verkaufen. Wir haben mehr als... Mehr Bomben als Gott. Waffen, 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 Waffen. Wir können ja gucken. So ist es ja nicht, ne? Weißhorn. Das Ding war auch ganz gut. Wartex-Glaive. Molotow-Cocktail. Ja, nee. Also generell die Sachen hier... Ich glaube, ich... Ich gebe mir den Würfel erst nochmal auf. Und was das angeht, ich würde fast sagen, ich schmeiße dann halt hier irgendwas raus. Keine Ahnung, die Pistole. Dann nehme ich das Ding einfach mit. Und dann kann ich das auch noch verkaufen. Dann können wir hier nochmal gucken. Und... Frozen Orb Wand. Chill, ja. Total chill und so. Also von Seltenheitswerten ist das ja alles schon super. Das Ding ist halt auch nicht ohne. Vor allen Dingen, um Räume einfach frei zu machen. Rangers Stash nehme ich jetzt mal nicht. Aber halt hier dann auch wieder zu sehen, was da alles gerade so hin und her fliegt. Ist halt auch so eine Sache. Durch diesen Effekt kann man, glaube ich, auch mal leicht ein bisschen was übersehen. Aber solange ich mich so... Ja, ich wollte sagen, Außenhalte sollte das eigentlich gehen. Da haben wir eine Taverne. Ja, die kommt mir jetzt echt gelegen. Weil... Dann haben wir nämlich... Dann haben wir jetzt gar nicht mal so viel. Und ja, der olle Ritter. Ich würde trotzdem sagen, ich hole mir dann... Na ja, Inventory ist voll. Blah. Dann machen wir das so. Dann haben wir hier plus drei. Und... Ich kann jetzt hier leider auch nichts verkaufen. Was war denn mit dir hier? Obwohl, ich kann mir... Aha, dann machen wir das so. Dafür ist das natürlich super. Dann holen wir uns hier rüber erstmal so viel Gold. Wie nur irgendwie geht. Das war auch schon alles. Dann heilen wir uns hier ein bisschen. Auf zweieinhalb hoch. Das sollte reichen. Für den Rest bin ich zu geizig. Und... Ich würde schon sagen... Was haben wir denn jetzt hier? Plus fünf, plus fünf. Ja, das ist okay. Und... Ich werde trotzdem erstmal... Frozen Orb weiter benutzen. Ähm... 48 Gold. Hier können wir noch ein bisschen Leben regenerieren. Ich glaube, das brauche ich auf jeden Fall. Gold wäre halt auch super. Gut, jetzt haben wir hier ein Random Dice. Ich hau mir mal hier die Potion rein. Und das war... Die Fire Death. Okay. Ähm... Dann haben wir wieder Platz für noch so einen Würfel. Der Hai hält auch irgendwie nichts mehr aus. Oder er kann kein Eis ab. Cool. Blauer Würfel. Ja. Ist gar nicht mal so verkehrt, da eine Reserve zu haben. Dann gucken wir noch mal im Shop. Heilung. Äh... D-d-d-d-d. Amor. So, komm. Holen wir uns den Schlüssel noch. Und hier nehmen wir dann jetzt einfach mal... Ich mach das jetzt bei dem einfach mal so. Kann ich mich nämlich vorrangig hier aufs... Ausweichen konzentrieren. Na, die Karten haben jetzt nicht so eine große Reichweite. Was soll jetzt trotzdem nicht unbedingt ein Problem sein? Hauptsache ausweichen. Warum sage ich das eigentlich? Warum sage ich sowas eigentlich? Sobald ich sowas sage, werde ich keine 5 Sekunden später getroffen. So. Ähm... Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Und die Frage ist jetzt... Was würde denn da jetzt auch mehr Schaden machen? Also ich mein, dieser Orb-Wand. Dagegen ein so großes Ziel mal ausprobieren. Oh, hallo. Oh, hallo. Ja, das ist natürlich echt mächtig. Das ist echt mächtig, das Ding. Auch gegen Bosse. Wenn man das Ding genau in die Mitte reinknallt... Dann... Ist das nicht verkehrt. Ich muss auf jeden Fall das Ding da jetzt mitnehmen. Die Frage ist nur... Äh, gut. Würde ich gerne lieber verkaufen, aber wir machen das jetzt mal so. Und mit dem Orb haben wir das jetzt halt auch noch so. Es ist halt... Magic. Und dann kriegen wir noch die 15% mehr damit. Ich meine, das ist nicht wirklich Ziel suchen. Ich glaube, die Dinger sind auch nicht Ziel suchen, aber... Muss es auch nicht sein, weil da hält man einfach in die Mitte rein und das war's dann. Und dann werden die auch noch gesloat. So, Warrior Stash ist halt kein Thema. Gut, jetzt können wir das nochmal einmal neu auswürfeln. Big Step. Äh, nie. Manastars on Dash. Das ist aber auch irgendwie alles nicht so toll. Decay. Ja, das ist auch alles nicht so toll. Super. Hm. Das ist ja mal richtig Mist jetzt. Acrobatics. Äh, ja, ganz ehrlich. Dot Damage. Ich hab halt keinen Dot, aber ich will jetzt auch nicht Acrobatics nehmen. Weil das ist halt per Floor jetzt mit den Cinder. Und ich nehm jetzt mal die Kay. Ich brauch aber noch irgendwas, was Dot Schaden macht dann. So. Gold. Das dauert halt aber auch, bis das dann hochtickt auf die 200. Das hatte ich ja schon mal ausprobiert. Deswegen ist das jetzt auch die Frage, sollte ich die, sollte ich das jetzt nochmal aufwerten, das Ding, oder vielleicht das hier mal aufwerten. Nehmen wir plus drei, dann haben wir jetzt 1211 Damage. Ja, und hat halt einen eingebauten Slow, aber ansonsten machen wir damit sonst nichts. Hm, und was jetzt mit den Karten ist, äh, okay. Der Karten ist auch plus drei, also von daher, gut, dann brauch ich jetzt im Prinzip auch nicht weiter gucken. Die fliegen halt relativ langsam, haben schon großen Radius, was das angeht. Die Potion können wir dann auch erstmal mit dem Pornshop haben wir ja entdeckt. Gut, dann kann ich hier mal ein bisschen, ein bisschen aufräumen. So, verkaufen wir mal das Ding und gucken wir mal, wie viel wir dafür bekommen. 20 Gold, nehme ich doch gerne. Das Ding werde ich jetzt auch verkaufen. Auch nochmal 20 Gold. Und das Ding werde ich sowieso verkaufen. Dann nochmal 10 Gold. Gerade seit diesen Pornshops in dem Spiel, seit dem Update, ist das halt eh nicht mehr so ein Problem, an Gold zu kommen. Die Karten, äh, ich weiß nicht. Ich behalte die erstmal noch. Und? Schreineffekte werden verlängert. Ja. Wenn ich welche hätte. Wenn ich welche hätte, wäre das vielleicht sogar was. Ansonsten. Stash nämlich nicht. Nee. Das hatte ich da jetzt auch überhaupt nicht gesehen. Body Armor, Offhand Item, Offhand Item, ja. Okay. Das dürfte mit dir hier auch sehr interessant werden. Ach, was ist das? Ja, das ist schon wieder lustig. Das hat nicht ganz gepasst. So viel zum Thema. Es ist lustig. Ach, was ist das denn? Jetzt könnte man sagen, okay, es liegt an den Cinder. Aber ganz ehrlich, ich baue in den letzten Videos, in den letzten zwei Videos, da habe ich auch so viel Mist gebaut. Kann ja nur besser werden irgendwann. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.